Also ich würde sagen, wir sind jetzt betäubt und sind jetzt erstmal in unserer Zelle. Stöhnende. Das war nicht Hinkebein, das war der Typ, der auf den Hinkebein geschossen hat. In seinem, unserem Haus. Nimm die scheiß fucking Taschenlampe. Das ist aber sofort. Jetzt haben wir wahrscheinlich das Problem, dass wir hier nicht so schnell auskommen. Nimm doch mal die Taschenlampe, Alter. Ah, jetzt. Oh, okay. Wir kommen doch raus. Zwischen den Wänden. Hatten wir das nicht auch in unserem Kapitel? Lucis Kapitel oder bei Olle Gren? Wer baut denn bitte so eine Versorgungsschachtel? Das ist doch so ein Schwachsinn. Ja, gefühlt sieht es für mich aus, als ob wir jetzt die Etagen verlassen. Ja. Aber jans weit. Aber jans, jans weit, Benni. Geil. Schön in der Basement auf dem anderen Weg. Was ist denn hier los? Oh Gott. Alter, die wollen uns einfach beglückwünschen. Wir haben das Game durchgespielt. Vielleicht. Vielleicht. Ja, ich würde nicht zu nah an den Zaun gehen. Vielleicht, oder so. Man weiß ja nicht, was noch passiert. Ist das eine Glotze? Ja, sieht so aus. Fernseher? Fernsehtisch? Fernsehtisch? Bitte Haus, bitte Haus, bitte Haus, bitte Haus, bitte Haus, bitte Haus. Das ist nicht so aus. Oh. Watt war, watt, wie? Hm. Bleib cool. Bleib cool, Barkan. Bleib cool. Okay, weißt du, wo du hin musst? Na, da links. Unten, mitten. Und da durch. Was sagt der machen? Laufen? Aber, ja, wohin? Was wird der tun? Ähm. Nein, nicht da lang. Nein, 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 nein. Ich muss sagen, er ist trotzdem kurz in der Zaun stellt. Aua, Aua. Das muss doch nicht sein. Aua, muss doch nicht sein. Danke. Ja. Bin ich. Äh. Ja? Äh. Also, äh. 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 Du hast das geübt bei Dinner with an Eye. Wobei. Wobei, er ist jetzt weg, oder was? Stimmt. Stimmt. Ah. Wie geht's, Alter? Oh. Ja. Genau. Alter, Leute. Wie krank von Setzgräu seid ihr, ey. Das ist doch... Mann. Man, wieso? Oh. 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 Das ist schon echt heftiger Shit hier, ey. Machen wir doch einfach mal hinter einem riesengroßen Auge einfach mal eine Höhle. Ja, vor allen Dingen, äh, steinweise überlege ich jetzt, okay, was, also, dass dieser Rakan ja extrem, der hat ja Angst vor, 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 vor Blicken oder vor Leuten, die ihn anschauen. Also, Augen, in dem Sinne. Ja, dass wir uns jetzt hier quasi durch so ein Auge schnetzeln, ist doch eigentlich eher in der Psyche von dem Rakan und nicht von dem Dwayne. Also, das, das... Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Also, durchleben wir jetzt die Albträume von dem Rakan hier, oder was? Oder... Bitte? Oh nein. Du musst hier den Strom wieder einschalten. Haben wir. Okay. 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 Jetzt würde mich... So, jetzt. Fahrstuhl würde ich jetzt mal so sagen, oder? Ja, 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 nimm den Fahrstuhl. Wenn du, wenn du weißt, wo der ist, lauf da direkt hin. Ich hab keinen Plan, wo der mal sein soll. Der ist hier hinten, aber ich hab Angst, ich hab Angst. Ja, kann man einfach so den Satz beenden, ich hab Angst. Okay. Ich bin bei dir. Alles gut. Hier ist der Fahrstuhl, guck mal. Nice. Er ist leer. Super. Und jetzt am besten, irgendwo hin, wo wir raus können? Die drei. Wieso drei? Ja, ich hab jetzt die drei gedrückt. Ja, wir sind ja im Erdgeschoss. Oh nein. Jetzt kommt's. Jetzt... Achso, ich dachte, jetzt landen wir zu Hause. Wo sind wir denn? Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn jetzt? Sind wir jetzt hier im Wildnis-Tempel? Sind wir jetzt in einer, in einer Terne? Ja, sie sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, Dampfbad. Ja, naja. Also. War zwar noch nie in einem, aber so stell ich mir ein Dampfbad vor. Ich kenn's halt nur so wie, wie jeder andere auch, aus, aus Film und Fernsehen. So, das ist das Einzige. Oder, weil man da war. Warst du schon mal in einer Dampfbad? Ja, klar, logisch. Öfters. Cool. Mag sowas. Ich war bis jetzt immer nur in, in Sauen. So. Sauen. Äh, schwarz-weiß. So. Raken, right? I'm here with good news. Based on your behavior and recovery in the past few months, you'll be ready to leave and go home. That's good, right? There are just a few technicalities that need to be taken care of, but this will just take a couple days. With everything that happened, I'm sure you'll be very happy to leave this place. Also, der hätte jetzt nicht am Ende gelacht, hätte ich gesagt, die haben ihn kaputt gemacht. Weil, der hat ja auf nichts mehr reagiert. Alter, was ist das für ein fetter Heizkörper? Das ist ein fetter Teil, Alter. Okay. Und? We can leave the room. Das ist ja ganz toll. Warum, was ist denn nun schon mal los? Hm? Jacke? Vielleicht? Jacke? Jetzt können wir durchlaufen. Okay. Oh, kann man nicht wegschieben. Oh nein. Oh nein. Hat er sich einen geheimen Gang gebastelt? Da. Hat er gemacht. Ist es eng, um mich durchzuquetschen? Was? Waren jetzt drei Pixel mehr, die du gebrocht hast? Echt jetzt, ja? Ach, okay. Alles klar. Nein, nimm die Taschenlampe mit, Mann. Lass doch die Taschenlampe nicht liegen. Nein. 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 Bin hier ehrlich, die Taschenlampe liegen. Oh je, okay. Und ich denke, wir sind wieder in Raum 302. Nein. Was haben wir die Taschenlampe? Ich wusste es! Oh, sie sind in großen Trouble jetzt! Mit allem, was ich weiß, werde ich sie definitiv runternehmen. Du hörst mich, f***er? Ich bin zu dir! Hey, hey, was machst du? Wer hat dich? Warte, 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 warte! Nein! Was? Okay. Oh, okay. Wieder nicht. Oh, oh! Okay, ist das scheiße. Ja, was... Ich muss grad... Ich verstehe es grad nicht irgendwie. Also, haben die jetzt... Ist der Rakan jetzt eingesperrt oder was? Ist so, wie ich das jetzt verstehen, dass sie ihn jetzt einfach eingeschossen haben, bis er... stirbt. Okay. Äh, bitte? Aha, okay, ja, okay. Da gibt's ein Tape, ein Tape, ein Tape. Nice! Oh, wir haben mit Rakan Kapitel beendet. Hey, hey! Hast du ja die Hüfte geschafft. Oh! Ja, geil! Prism. Komm, zum Abschluss geben wir uns noch eine schöne VHS-Kassette. Ah, das war jetzt aber auch... Das war ja wohl wirklich ein Stresskapitel mit dem Rakan. Muss man mal sagen, ey, also... Ja, ja. Obwohl ich nicht so hundertprozentig drauf schlau geworden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Prism. Vergnügungspark. Wieder einmal. Mauer. Mauer. Aber vielleicht war das jetzt schon ein Hinweis wegen, wegen hier oben, nee, unten, wo du jetzt die Wand durchgebrochen hattest. Stimmt. Ui. Das gefällt mir schon. Das ist wieder super beklemmt. Das gefällt mir schon wieder gar nicht. Mhm. Okay, gut. Okay, wiederholt sich jetzt. Es repeated sich wieder. Ja, das... Das heißt, wir haben jetzt noch, glaube ich, ein... ein Final Chapter Forts. Wenn ich mich nicht ganz falsch. Aber schön. Von BAB. Ja. Oh, fehlen aber noch eine ganze Menge aner, mein Lieberherr. Drei Stück noch. Kann sein, also... Da sind ja noch ein paar. Vielleicht gibt's ja auch mehr als noch ein viertes Kapitel. Also, mir ist jetzt nur bewusst, dass das Ding vier Kapitel hat. Warte, echt jetzt meinst du wirklich? Ich... Ich... Ich hab keine Ahnung, wirklich. Ich hab... Wirklich keine Ahnung, wann... Wann das Ding hier, äh, komplett ready ist. Ich weiß nur, es gibt... Also, mein letzter Stand war, es gibt vier Kapitel. Aber vielleicht gibt's ja auch fünf. Wer weiß. Ich hab keine Ahnung, was... Du bist ja auch Quatsch. Wirklichkeit. Aber vielleicht darf es nicht... So, ist das ein Mal. Ich hab jetzt schon gesagt, auf dem Bauch. Und da? Dann geht's doch nicht weiter. Das ist ja auch noch! Ich hab so... Ähm hoch. Also, wenn du bist.